ein impuls aus dem baumhaus was sehr schön wäre wenn man in der lage wäre sich für einen zeitraum in der woche donnerstags abends zwischen 7 und 9 oder auch morgens zwischen 5 und 7 vielleicht auch nur einmal die woche sich hinsetzen sich überlegt was will ich eigentlich lernen eine liste abarbeiten weil man gibt es gibt so viele sachen wo man sagt ja die app müsste ich mir mal in ruhe angucken oder das buch müsste ich mal lesen dass man für sich selber mal ein zeitfenster reserviert wo man lernt und das regelmäßig das sollte in den wochenstandardplan hineinkommen denn so kommt man voran und so fließt es nicht alles an einem vorbei dein auftrag also wenn du ihn annimmst überleg dir an welchem abend oder welchem morgen du zeit hast für ein oder zwei stunden systematisch zu lernen dich vorzubilden